Sie führt jetzt noch mal kurz in den Bühnen-Dialekt. Sie sind ja immerhin schon, glaube ich, sehr gebildet und führten. Also das Stück heißt »Gestörte Maler, Dresch und Dresch« und ist aus dem Walzerbaum von Oscar Strauss. Und in diesem Lied singe ich die Franzi, eine junge Gereckerin, wie fesch und dresch sie eben ist und wie nicht die schöne Walzermusik immer wieder Bestimmung erhält und lebenslos und leichten Sinn bringt. Und da kommen so einige ganz lustige Passagen vor, wie zum Beispiel »Es grabelt und wurdelt, man hört es gar nicht aus« und da hast du es nicht gesehen, kommt der Walzer heraus. Und so, ewig geht es noch weiter. Ich möchte nicht alles verwecken nehmen. Es gibt eine Einlage, da singen Sie bitte »Vina Melonema«. Schaffen Sie das? Sollen wir das mal kosten? Das war jetzt klar, ich war immer noch in Fisto, wenn wir mal kurz zum D bekommen. Genau, Halt und Hür. »Vina Melonema«. Also einfach, ich weiß nicht, was stimmt. Jetzt gehen wir von der Barunkenstimmung hoch in die Zeitgenössische und dann… Ja, genau. Sie singt uns quasi vor. »Vina Melonema«. Und wir antworten sofort, bitte, nicht zu spät. Sie singen »Vina Melonema«. Und auf »Din« singen wir »Vina Melonema«. Ich drehe mich zu, meine Damen. Es gibt nur zwei Stellen, die Sie verpassen können. »Vina Melonema«. Und wir antworten. »Auf Nette Melonema«. »Tboah«. »Tboah«. »Auf Nette Lenny, Frau »Vina Melonema«. »Äh!« Musik 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 Vielen Dank.